Jojo, was geht ab meine liebe Rasselbande? Ich hoffe es ist alles cool bei euch. Ich bin heute mal wieder am Start mit einem Special Guest. Hallo. Kennt ihr den? Das ist der Bra, der Jonas von den 2BotGuys. Einer von den beiden. Jojo, was geht? Ich bin heute wieder hier beim Schurkenaffen Channel, um euch ein bisschen zu unterhalten. Ja, und wir hatten letztens wieder ein heftiges Erlebnis mit der Click. Wir waren nämlich auf einem Konzert. Wir waren schon auf sehr vielen Konzerten, aber das war ein besonderes Konzert. Das war das Shindy-Konzert. Wir dachten, das ist sehr nice. Aber wir haben uns halt eine ganze Mucke vorher gegeben und hat halt schon chillige Videos und chillige Mucke gemacht. Ja, genau. Und das ist, muss man sagen, ein bisschen länger her. Also der neueste Shit war, glaube ich, noch nicht raus, ne? Rowley und so. Ne, obwohl Rowley halt auch wieder ein dicker Track war. Aber wenn man ihn live gesehen hat, dann macht das irgendwie alles ein bisschen kaputt. Ja, genau. Darum geht's heute. Wir haben uns dann Live-Shinny angeguckt und es war das übertriebenste Trauerspiel. Ja, es fing halt alles so an, was wir da waren. Und wir waren gehypt auf ihn. Wir dachten, er kommt nice rein, erzählt ein bisschen was. Aber nein, er kommt einfach rein und fängt an los zu rappen. Und man sieht halt, wie da so ein kleiner Zwerg mit einer dicken Bomberjacke steht, der übrigens auch nur zwei Pullover hat. Da ist uns mal aufgefallen, als wir die letzten Videos geguckt haben, er hat halt nur einen orangenen Pullover und einen blauen Pullover. Und mehr hat er einfach nicht. Und er hat auch wieder diesen blauen Pullover an, ja. Genau. Und nichts gegen Leute, die nur zwei Pullover anhaben. Aber es ist halt ganz witzig, dass er sich so als Style-Ikone hochzelebriert und dann zwei Pullover hat. Das hat schon eine gewisse Ironie, das Ganze. Und ja, was halt daran so krass enttäuschend ist, ist einfach, dass wir manchmal das Gefühl haben, dass vor allen Dingen Deutschrap übelst viele Studio-Rapper hat. So ein Kollege ist auch so einer. Kollege haben wir immer auf dem Splash gesehen. Der kann auch einfach nichts live. Der ist so richtig, der hat gar keinen Flow. Das ist so richtig heftig. So eine richtig komische, beschissene Standardstimme. So überhaupt nicht das Bosshafte, was er sonst einfach immer hat. Ja, es war halt einfach, genau, es war halt bei dem Konzert dann auch so, Schinny kommt auf die Bühne, sagt nichts. Und er fängt dann los zu rappen und rappt einfach so richtig monoton durch. Immer in derselben Lage. Und wenn du dir einfach die Tracks gibst, die chilling Tracks auf dem Album, die Alben sind ja nice so, dann hat er das richtig betont und richtig gut nachbearbeitet. Und auf der Bühne denkst du einfach so, brä, Alter, was ist da los? Ja, man erwartet natürlich auch nicht viel von den kleinen Schläger-Boys. Ich meine, Kollege hat ja letztens mal wieder sein wahres Ich gezeigt. Der Schinny hat ja auch mal davor mal zugeschlagen. Also die sind ja beide ganz gut dabei. Vielleicht sind das auch einfach nur Rapper, die Leute schlagen. Die können auch schlecht rappen. Ja, wir haben da auch eine Theorie, dass vielleicht die Aggression auch aus so einer Portion Selbsthass kommt. Dass sie ja im Prinzip komplett gepitchte No-Talents sind. Aber das sei mal so in den Raum gestellt, ne? Ja, die Sache, weil er hat dann einfach seine monotonen Scheiße da durchgezogen und wir dachten uns, er ist jetzt ganz, ganz nice, ganz scheiße. War halt schon scheiße. Da müssen wir halt so mit leben. Aber er hat halt auch zwischen den Tracks nichts erzählt. Er hat einfach von einem Track zum nächsten, als wenn er gar keinen Bock hatte, bis zum dritten, vierten Track, wo er einfach nur gesagt hat, yo, ich bin richtig scheiße drauf und hat keinen Bock. Es war halt richtig abwachs so. Du beatest dem Publikum damit ja nichts mit deiner arroganten Arsch-Hindy. Michael. Ja, Michael. Also da waren wir schon ein bisschen enttäuscht, muss man mal ganz ehrlich sagen. Wir haben halt auch einfach schon richtig starke Konzerte von Deutschrappern mal gesehen. Sagt man dann gesehen? Haben wir Konzerte gesehen? Ne, wir waren auf sehr... Sie wahrgenommen. Ja, sie wahrgenommen. Wir waren schon auf sehr nicen Konzerten von Deutschrappern zum Beispiel. Ob man das jetzt feiert oder nicht, aber zum Beispiel Lance Butters ist sehr stark live. Lance ist dick. Und Haftbefehl kann live auch richtig viel. Und wiederum natürlich Geschmackssache, ob man so Musik jetzt mag oder nicht. Aber zumindest performt er. Ja, er performt einfach geil. Er liefert einen geilen Auftritt, wo man dann rausgeht und sagt, ich habe was mitgenommen. Es war ein geiles Erlebnis. Da träume ich heute Nacht von. Ja, und irgendwie als kompletter Musiker gehört auch so eine Bühnen-Performance irgendwie so ein bisschen dazu. Also vor allen Dingen ist es ja jetzt auch nicht mehr die Ausrede, dass Kollegah noch nie einen Mic in der Hand hat. Aber erst mal Splash. So, weißt du, die haben beide mehrere Jahre Bühnenerfahrung und können aber nichts, nichts können die. Wie viele Jahre war Shindy im Game 2016? Schon zwei oder drei, mindestens. Ja, so drei Jahre. Aber nichtsdestotrotz sind die Alben halt ganz chillig. Bloß, weißt du, Shindy, dann spiel einfach deine Konzerte Playback. Dann hört es sich nice an und die Leute haben immer noch Bock auf dich. Und pack vielleicht ein bisschen weniger Arroganz rein bei deinen Auftritten. Ja, Alben sind nice, aber Live-Auftritte scheiße. Kennt ihr solche Künstler, die gar nichts auf der Bühne können oder die besonders nice und schreibt das einfach mal in die Kommentare. Ja, ansonsten schaut bei uns vorbei. 2BG, ihr wisst Bescheid. Ja, die Boys sind auf jeden Fall eine ahnbare Gruppe. Ja, ich würde sagen, mit diesem Satz verabschieden wir uns. Wir bedanken uns mal wieder fürs Zuschauen. Und ja, cheers. Bis zum nächsten Video. Let me try to keep it light when I speak to you Cause the timing wasn't right when I needed you Just tryna get it while it's good cause nothing lasts forever Now I knew this shit before we even got together Honestly, know you're just chasing dreams overseas, baby Getting your degree But that don't change the fact that I want you here with me With me, yeah Guess life happens while you're making out the plans Looking right at her but don't know where she's at Everything I try to do right goes so wrong